Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu ReRove, zusammen mit dem Debidoir, hat schon hier gesagt, und seinem jetzt wirklich Elfenschmetterling. Listen. Nice, der Missing Link. Hallo wieder. Er ist gar nicht mehr vermisst. Aber du musst was erklären, warum sind wir so geil? Oh, stimmt, wir haben die neue Quest fertig gemacht mit dem, was war das, dem Elfenstilzeug? Ja, genau. Und dem Portal, deswegen haben wir jetzt richtig schicke Rüstungen. Und dann habe ich die direkt zweimal gemacht, weil irgendwie habe ich da zu viel gemacht am Anfang. Aber gut, habe ich halt ein bisschen Rohstoff und Mana verschwendet, aber was soll's. Wie man es halt kennt vom Peter. Ich meine, ist eigentlich sowieso voll dumm. Normalerweise brauchst du mit dem Mana-Setup halt immer super lange, weil wir halt immer nur diese Anfangsblümchen haben. Ja. Aber da das quasi ja immer so eine Woche läuft, zwischen den Aufnahmeterminen oder drei, vier Tage, ist halt immer genug Mana da. Ja. Das ist halt so nice. Aber jetzt soll ich erstmal genug von Botania. Und weißt du, was noch super nice ist? Das scheiß Kisten-System hier. Ja. Kick dich Kisten-System. Und das wird drei Quests abgeben können. Really? Kann ich auch? Oh, guck mal, was mache ich jetzt eigentlich? Soll ich Wither Skeleton Skiles? Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir schwerer als... Ah nein, wir kriegen beides. Ich muss mich gar nicht entscheiden. Nice. Also wir haben jetzt zum Beispiel Wither Skeleton Skiles. Ja. Und das sind die ganzen neuen Seeds. Immer noch kein Zealous-Quatz. Ja, stimmt. Aber ich meine, immer noch kein ME-System. Hier ist eine Luddl. Mana Tablet. Oh, was ist denn eine Luddl? Jetzt habe ich auch einen Missing Link. Ah, hast du dieselbe fliegende Frau? Jawoll! Wo gibt es eigentlich Eisen in dem Scheißladen hier? Oh, in der Kiste hier oben ist. Ganz viel Erz drin. Und der hier? Wo? Ups. Der hier? Oh. Die Spawn. Und was mache ich damit jetzt? Ich hatte schon überlegt, mal eine Red Song-Lock zu bauen. So eine aufwendige. Warum? Damit wir hier die Scheiß mal aus der Schmiede kriegen. Gute Idee. Das wäre auf jeden Fall gut. Muss nur überlegen. Weiß einer, wie man eine Red Song-Lock baut? Nee. Oh, guck mal. Ich brauche jetzt die ganzen neuen Ruhlen. Wir bauen Diamanten. Haben wir Diamant-Essenz, Georg? Gerade eben geerntet. Nice. Wow. Die Scheiß-Krühe müssen wir auch vorsetzen. Ich habe da schon was vorbereitet, aber nichts zur Ende gemacht. Mann. Mann. Ach, dir ist krass. Wir brauchen viel mehr. Warte mal. Wo ist das denn jetzt hier, was ich bauen möchte? Alter. Pass auf, wenn du jetzt keinen Bock mehr auf Botania warst, dann mache ich da weiter. Lol. Aber ich muss da weitermachen. Echt? Wegen den Kack-Ruhn. Oh, the Rune of Kack. Na, warte mal. Ich brauche Stone. Haben wir Stone hier irgendwo in dem Scheiß? Ah ja. Stone. Und Stone muss jetzt einmal braten. Kennt man ja, ne? Tut man das? Oder tut man das nicht? Wegen den Kack-Ruhn. Weil man, äh... Wir haben keine Bäume mehr. Summer. Ja, da musst du die anbauen. Ja, aber warum sind die denn nicht da? Oak Saplings. Genau. Kannst du dich noch an Minecraft erinnern, wo man keinen Hunger hatte? Da habe ich gerade angefangen zu spielen. Echt? Also ja, aber nicht mehr wirklich so. Das war auf eine Art sexy, aber natürlich total unrealistisch, ne? Ja. Ich glaube, in einem anderen Projekt werde ich Android und muss nie mehr essen. Aber es gibt trotzdem immer noch keinen Trink. Total unrealistisch. Das stimmt eigentlich, ne? Oder krank werden. Oder krank werden. Kann ja noch krank werden. Muss im Bett liegen, drei Stunden. Oh, scheiße. Warte mal, wir machen jetzt mal hier einen Hoppel dran. Einen Hoppel. Oh, das weiß ich sogar noch hier. Mein Inventar ist das erste Mal, glaube ich, seitdem ich das Modpack-Spiel sortiert. Nein. Doch. Nein. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Ach man, ey. Ich habe jetzt hier, wie heißt das? Einen Trichter dran gemacht, aber jetzt kann man nicht mehr in den Ofen gucken. Oh, das ist ja blöd. Unter und Feier. Und warum nicht? Ja, weil man dann nicht mehr auf den Knopf klicken kann. Also auf den Block klicken kann. Oh. Das ist blöd. In der Tat. Und man, der GLP hat mir mal gezeigt, wie eine Redstone-Floch funktioniert. Der weiße. Der Spacko. Ah ja, ich brauche einen Baum. Baum fertig? Na. Ob der das kann oder mal? Haben wir Sticks? Na. Wo sind jetzt die? Guck mal, wir brauchen mal eine neue Kiste, Peter. Haben wir eine Kiste irgendwo? Hier. Wo? Cool. Dann kann ich da mal die ganzen Runen reintun. Das wäre nämlich... Weil ich habe noch alle Runen, wenn du willst. Ich habe Runen. Ja, auch alle. Aber die habe ich alle. Wo haben wir denn Sticks? Oh. Der hat die ganze Zeit hier in und her rennt. Und die Felder aberntet. Aber muss man halt machen, ne? Aber ich glaube, irgendwann sind die Dinger dann mal voll, ne? Das glaube ich braucht noch ein bisschen. Ah ja, stimmt. Die haben ja Fett geupgradet lassen. Da geht noch richtig was rein in die Felder. Ey. Warum haben wir denn jetzt keine Holz? Hat einer von euch Holz gesehen? Ja, ich habe welches aus meinem Inventar rausgelegt. Das ist oben, oberen Stockwerk, ganz rechts in der Kiste. Nice one. Oberen Stockwerk, ganz rechts. Ach so. Das hat wirklich eine helfende Hilfe, der Georg. Oh. Aber richtig viel Holz hast du gehabt. Voll aggressive so. Oh, oh, oh. Dann nehmen wir ein paar Köln. Dann wollen wir wahrscheinlich noch ein Lever. Rune of Greed. I am Groot. Äh, warte mal. Der Film war übrigens sehr, sehr cool. Muss ich schon sagen. Den habe ich gerne geguckt. Chewbacca-Stick. Sorry. Ich werde manchmal so Spoiler-Attacken. Wie Tourette nur als Spoiler, ne? Ja. Tourette-Spoiler. So. Jetzt probieren wir das mal da hinten aus. Und hier. Kennst du schon, Abogelun? Plus Wille stirbt. Nee, hat er nicht gemacht. Doch. Mann. Bei diesen alten Filmen, da lohnt es sich nicht. Den wollte ich heute Nacht gucken, Mann. Den kennst du bestimmt schon, oder? Kann sein. Ich habe den heute angeschaut. Nee. Da? Du hast den angerucht? Du kannst das bestätigen. Ja, das ist ja noch ein Redstone. Scheiße. Stirbt Bruce Willis wirklich, Georg? Ja, aber nach Chewbacca. Also kurz nach dem. Oh nein. Das ist ja fast wie bei Obi-Wan Knobi. Was macht er denn jetzt? Das ist übrigens eine Pizza bei uns. Das ist wirklich dumm. Was denn? Was machst du denn? Ich weiß nicht. Ich habe gerade irgendwie so Shift-Rechst-Stick auf den Altar gemacht. Und dann hat er die letzte Rune nochmal gemacht, die ich gerade hatte. Oh. Leggy. Ich merke gerade, mit 12 MB runterladen und mit 8 MB hochladen ist... Und da beim Minecraft-Spielen, da leckt Minecraft manchmal ein bisschen nur. Du hast einfach nur einen schlechten Rechner. First-World-Problems, ne? Gut, dass du bald einen neuen bekommst. Ja, ich glaube, es dauert aber noch ein bisschen. Ja, es wird super gut. Ich glaube, ich werde richtig leistungsstarke Rechner haben. Tun. Haben tun. Haben tun. Leistungsrechner. Aber weißt du, irgendwie ist das richtig OP, dass man die ganze Zeit diese Mana-Tablets bekommt. Wir füllen einfach den Pool komplett auf. Ach stimmt, ich habe auch noch zwei. Irgendwann bei der Quest-Siege ich gerade mache, kriegt man vier. Lol. Du brauchst gar keine Bücher mehr, äh, keine Pflanzen mehr. Scheiß auf die Blumen, Alter. Die werden so weggeverwreckt. Weggefickt, Alter. Okay, warte mal. Winter and Water, Peter. Hier kommt ein Level hin. Ehrlich? Ich habe 59, bringen wir hier vorbei. Nein, ein Level. Ich suche mal einfache Redstone-Clock im Internet. Du kommst ja aus Viabooland. Yeah. Redstone-Clock. Roter Stein-Clock. So. Ist er wirklich so, ne? Rotstein-Clock. Das auf Deutsch ist viel cooler. Ich habe echt so lange, ich glaube, das einzige Mal, als ich Minecraft auf Deutsch gespielt habe, sind bei Snapshots. Aber sonst nie. Echt? Er hat sich alles behindert an. In allen Spielen. Toll, ich gucke an ein Tutorial. Da hat er sich echt ein Studio aus Minecraft-Lücken gebaut. Toll. Sind Minecraft-Fackel da stehen? Und ein Laptop mit Minecraft. Krass. Und erklärt so unten. Aber ich will doch nur die Redstone-Clock sehen, du Spacko. Ja, die macht das Licht an und aus. Aber eine coole will ich, warte. Klick, 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 klick. Gleich haben wir alle runen. Ja. Nein. Doch, nice. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wollte mich eigentlich muten, aber irgendwie ginge nicht. Krass. Wollte ja nie so reinhusten. Oder hat er sich gemutet? Nee. Doch, hast du schon, oder? Jetzt gerade nicht. Oh, mein Download ist fertig. Ich habe wieder volle Bandbreite. Willkommen zurück. Vielleicht jetzt noch ein bisschen was sortieren die, ne? Warte mal, die ist aber sehr kompakt. Die ist aber sehr kompakt. Da brauchte ich gar nicht so viel bauen, ey. Krass. Okay. So, warte mal. Aha. Ich baue jetzt so eine kompakte Schaltung. Habe ich noch nie vorgesehen. Netter Sulpho-Ohr brauchen wir. Haben wir das? Das kam mir irgendwie bekannt vor. Jetzt wurde es gesagt. Also ich glaube, ich habe es mal gesehen. Ich gucke mal, ob wir das haben. Ja, haben wir es mal. Ja, cool. Cool. Sonst hätte ich jetzt welches geholt. Aber da habe ich mal irgendwann abgebaut. Hör mal. Really? Really, man. Dafür kriegst du einen Daumen nach oben. Ich hoffe, du auch. Also wenn die Folge 2000 Daumen nach oben schafft, dann töte ich dich. Einmal. In Minecraft? Ja. Okay. Meinst du ein echter Alter? Ja? Ein Prank. Killer Prank. Töte sie alle, Prank. Gun, Gun Wrong. Genau. Killer Prank, Gun Wrong. Warte mal, kann man die damit ausmachen? Hoop. Stream Essence? Oder sind die? Hopla. Also ich habe ohne Witz, ich habe die beste Red Song Log im Internet gefunden der Welt. So viel gleich? Oh yeah. Damit kann man echt richtig gute Sachen jetzt bauen. Also es läuft gleich wirklich full, fully automatic low. Ne, warte. Äh. Automatico. Äh. So. Sie sitzen so. Leute, wie viel Mana die brauchen? Oh, das finde ich nicht mehr. Braucht man nur Lava hier drin? Ach, scheiße. Irgendein Problem geht mit immer, ey. Ich wusste es. Wall of Glut? Wall of Glut? Ne. Wir brauchen zwei Schlimmballs. Haben wir die? Äh, ich glaube schon. Ich habe mal irgendwo Schlimmballs gesehen. That will be awesome. Haben wir eigentlich einen wunderschönen... Äh, haben wir Conduits? Conduits? Ich glaube nicht, ne. Haben wir noch nie gemacht. Aber manche Sachen werden echt gut. Nice one. Conduit? Ne, gibt es gar nicht. Äh. Transparenote? Die höre ich sogar noch. Sollen wir wieder killen? Können wir tun. Aber wo denn? Ne, war nur ein Spaß. Wir haben nicht genug Schädel. Klar haben wir genug Schädel. Also vier Stück in einer Truhe. Oh. Stimmt, du hast ja auch die Quest bekommen. Dann könnten wir sogar einen Wurder töten. So rein theoretisch. Sehr gut. Guck mal, Harko. Harko guckt. Warte. Ich esse mich eben hervor. I. Guck mal. Da ist ein Redstone Clock oder wo? Ne, dahinter. Dahinter? Cool. Wenn du den Hebel runter machst, ist sie aus. Au. Ja, gut gemacht. Na, so dann. Jetzt kann man endlich mal hier ordentlich was rausballern. Guck mal, weißt du, was wir brauchen? Hopper? Ja, das auch. Und Iron Roller drin. Wir brauchen ganz viele Blöcke auf, drei Blöcke auf Manüllung. Hä? Kriegst du das hin? Warum? Verstehe ich nicht. Für die Quest. Aber warum willst du den haben? Für die Quest, Mann. Verstehe ich nicht. Na gut, ich guck gleich mal. Manüllung. Lass den erst mal rausballern, okay? Okay. Also wir haben momentan Manüllung, vier Ingots und wir brauchen Alter. Ne, da müssen wir noch sammeln, auf jeden Fall. Aber wir hatten richtig viel Koban und Ardheit. Ja, stimmt. Dann guck ich gleich mal. Nice. Nice. Boah, diese Scheißkühe, ne? Die müssen wir unbedingt mal umziehen lassen. Kackkühe. K, 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 K. K, K, K. Georg, holen wir jetzt gleich mal den Wither. Sollen wir den Wither kill? Komm los, Georg. Wohin? Wither killen. Jawohl. Wo töten wir den Wither, Haku? Haku. Den töten wir jetzt in der nächsten Folge, denn das war es so weit von Regrowth. Wow. Wir warten, bis das Sieg fertig ist und vielen Dank für's zu gucken. Wenn es euch gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.